Wir sind ja ständig hier, haben heute die Woche auch, um ein bisschen zu ratschen zusammen, aber Produkte holen wir uns natürlich immer. Unsere Leckerlis, unser Futter. Wir holen uns die schönen Bändchen, da kommt ja immer wieder was Neues und da kann man halt nicht wieder stehen. Schwarz, Konjagfarben mit Leine, dann die schönen Perlen. Im Sommer trage ich gerne Perlen, was natürlich der Hund auch Perlen haben. Rosa mit Schleifchen zum rosa Dirndl. Einfach alles, was halt zum Frauchen passt. Die Kinder tut mir auch immer ein bisschen angleichen und ich habe keine Kinder, also gleiche ich das Hund an mich an. Aber immer noch so, dass es normal bleibt und dass sich der Hund wohlfühlt dabei. Wir haben auch Westen, wenn wir toben, dann brauchen wir Westchen. Das heißt, da ist das Halsband schlecht, wegen, dass sie sich wirkt. Und die Westchen, die sind halt zweckmäßig. Auch die haben wir uns schon geholt. Da kommt man an Mai, der Hund exklusiv. Die Perlen, Halsbänder. Mir macht Spaß, man fällt auf, aber es wird immer ein bisschen verkitscht, aber da habe ich kein Problem damit. Natürlich sagen manche nicht. Bisschen komisch. Ich denke, so große Hunde, da ist das was anderes, weil ein großer Hund ist mehr Gebrauchshund. Aber hier muss man halt ein bisschen so kleiden und flitzerglitzern. Das ist normal. Mich stört das nicht. Im Positiven ist eigentlich die, man ist die süß, man ist die nett. Das ist halt so. Das ist halt so.